so sieht's aus junge wir haben es mit einem ausgewachsenen mordfall zu tun doppelter homizid einfacher pferd und was doch schlimmer ist wir befinden uns hier in westphal hier kann man mit einem einzigen steinwurf haufenweise landstreicher erwischen die ein motiv gehabt hätten die leute um die ecke zu bringen ich habe keine ahnung wer es war und ich bin ganz bestimmt nicht gerne hier in diesem loch um den tod von ein paar landbesetzten aufzuklären aber ich möchte verdammt sein wenn ich den tätern nicht dingfest machen kann ihr wollt helfen dann sprecht mit den landstreichern die vagabunden kriegen alles mit sei vorsichtig ich habe kein ziel ich brauche ein ziel ich habe kein 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 ziel Grüße. Das hier ist Mord. Ganz einfach. Und wir werden der Sache auf den Grund gehen. Das Licht segne euch.